So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Pupsi ist auch da, die sitzt hier direkt neben mir. Die sieht man aber nicht, die hat nämlich nichts an. Und wir haben eine, also ich habe eine Seide entdeckt, die möchte ich Pupsi jetzt auch zeigen, die kenne ich nämlich auch nicht. Die heißt Mexican Tears, die wurde bei Facebook vorgeschlagen. Da kann man seine eigene Chili-Soße kreieren oder auch seine eigene Barbecue-Soße. Hier steht ja auch, mix dir jetzt deine eigene Chili-Soße, wähle zwischen vielen Chili-Früchten, 30 Zutaten, gib deiner Soße einen eigenen Namen. Jetzt entdecken. Wenn ihr so einen extra Tab aufmacht, seht ihr hier eure Kosten, statt 4,99, 1,19. Je teurere und je mehr Zutaten ihr wählt, das ist jetzt hier Barbecue-Soße. Also hier seht ihr könnt Rauchgeschmack, ohne Rauchgeschmack, Darkwood, Bure, Hickory. Da steht auch immer oben noch eine Erklärung dabei. Ihr könnt eine Gewürzauswahl treffen hier. Das müssten die gleichen sein wie bei der Chili-Soße. Ihr könnt nochmal Kräuter zusätzlich dazu. Ihr könnt die Soße dann noch verfeinern. Banane, neu. Und wieder kommen Chili-Schoten rein. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr noch einen Namen der eigenen Soße geben und je mehr ihr hier dazu addiert, je mehr ihr da macht, desto teurer wird die natürlich, aber desto brutaler ist die auch. Wir wollen aber keine Barbecue-Soße, wir wollen eine Chili-Soße selbst kreieren. Und da werde ich mir jetzt eine zusammenbasteln und dann kann Pupsi sich auch eine zusammenbasteln. 1,90 Euro am Anfang statt 6,40 Euro. Zuerst müssen wir natürlich Chili-Schoten wählen. Hier sind verschiedene. Da sind auch die Angaben dabei. Diese Piment Espelette hat 2.000 bis 5.000 Scoville. Chipotle Chilis haben ungefähr so 10.000, also 5.000 bis 10.000 Scoville. Da frage ich mich, warum kostet die nur 1,55 und die 2,95, wenn die heftiger ist? Ich dachte immer, je heftiger, desto teurer. Jalapeno 5.000 bis 10.000 Amarillo-Chilis ca. 80.000. Geräucherte Jabanero 300.000 bis 350.000. Jabaneros 400.000. But Yolokia-Chilis 800.000. Und die Carolina Reaper Chili mit 2,1 Millionen Scoville für 3,55 ist auf jeden Fall auch die teuerste. Und ich mag ja scharfe Sachen. Ich würde also jetzt mal hier die teuerste anklicken. Ihr seht, der Preis schon von 1,19 steigt auf 4,74, weil ihr eben diese heftige Chili da rein habt. Ihr könntet jetzt auch die zweite und die dritte noch dazu packen. Mehr als 3 geht nicht. Und dann seid ihr schon bei 10 noch was. Ich möchte aber einfach nur eine Chili-Soße aus dieser Carolina Reaper Chili haben. Gewürzauswahl. Zwiebeln, Ingwer, schwarzer Pfeffer, grüner Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander, Curry, geräucherte Paprika, Zimt, Boxhorn, Klesam, Wacholderbeeren, Schangelpfeffer und Timutpfeffer. Könnt ihr auch, glaube ich, wieder. Ich will mal kurz gucken. Vier. Vier Optionen könntet ihr wählen und euch was zusammen mixen. Schärfe haben wir ja schon mal da. Ich mag eigentlich immer so eine indische Curry-Note. Ich würde also noch Curry mehr dazu nehmen. Und gleichzeitig tippen wir mal auf Wacholderbeeren. Keine Ahnung. Irgendwas Süßes noch mit rein. Dass das dann scharf, orientalisch und süß gleichzeitig ist. Jetzt sind wir bei 6,44. Wähle deine Kräuter. Knoblauch, Rosmarin, Oregano, Thymian, Majoran, Zitronengras. Ihr müsst da eigentlich nichts nehmen. Da ich aber beim Subway immer das Cheese-Oregano-Brot genommen habe, nehme ich hier auch einfach mal Oregano dazu. Verfeiner deine Soße. Jetzt habt ihr noch Spezialzutaten. Honig. Geriebene Zitronenschalen. Ahornsirup. Geriebene Orangenschalen. Banane. Kokosnuss. Zuckerrübensirup. Agavensaft. Tomate. Oder Rohkakao. Ich würde jetzt einfach mal, damit die Mischung komplett ist, noch Kokosnuss dazu nehmen. Eine richtig scharfe, brutale, süß, paradiesische, orientalische Reaper-Chili-Soße. Also für 8,09 Euro. Ich glaube, ich habe letztens meine Cousine mal gefragt, wo sie dieses Chili-Öl her hat. Das hat, glaube ich, auch um die 15 Euro schon alleine gekostet. Da seid ihr doch mit so einer Soße eigentlich gut dran, obwohl man weiß nicht, wie viel ist das. So ein kleiner Fingerhut voll. Banane wäre eigentlich auch interessant, aber das geht ja dann auch wieder in eine süße Richtung. Honig. Also ich finde, ihr habt schon interessante Möglichkeiten, euch da was zusammenzustellen. Ich hoffe, Pupsi nimmt nicht dasselbe wie ich. Experimentiert sich was anderes zusammen. Vielleicht nimmt ihr auch einfach ganz normal. Nimmt eine Chabonero und dann nix weiter und dann hat sie einfach eine scharfe Soße. Die muss unbedingt Banane nehmen. Bock auf Banane? Nein. Nicht? Bock auf Kokos? Nein. Dann sind wir schon mal gut. Hätte sie jetzt gesagt, sie würde eher Kokos nehmen als Banane, dann hätte ich jetzt auf Banane geswitcht, weil Banane ist ja neu. Lassen wir es einfach so. Geben der Soße noch einen Namen. Du kannst die einfach Mexican Tears nennen, so wie die Seide steht dann drauf. Oder eine eigene Beschriftung, die steht dann oben drüber. Wie nennt man die? Ich weiß es nicht. Ramses Hot Sauce. Das ist ja sowieso. Soße steht ja glaube ich direkt da. Und ihr müsst eigentlich nur was oben drüber schreiben. Also müsste ich es Ramses Hot. Und Soße steht ja dann unten drunter. Oder wir nennen es Adi. Adi's Hot Sauce. Aber wir tun dem Adi den Gefallen. Adi's Hot Sauce. So, jetzt müsste es Adi's Hot Sauce sein. Die Beschriftung übernehmen. Genau, wir nehmen eine. Circa 1 bis 3 Tage Lieferzeit. Das ist gar nicht mal so viel. 100 Milliliter sind das. Steht auch jetzt da. Ähm, drücken mal hier drauf. In den Warenkorb. Jetzt ist eine da drin. Einmal Chili-Soßen-Mixer. Bubsi, du möchtest auch eine Chili-Soße, habe ich gehört. Ja. Ja, okay. Ähm, mach dir über den Preis keine Gedanken. Ich lade dich ein. Also, wenn ich das, wenn ich... Alle Zutaten. Wenn ich das schon mal jetzt hier mache und bestelle. Weil hier steht... Es stand ja auch irgendwo, ab so und so viel Euro ist Versand kostenfrei. Also, ist auch nicht so schlimm, wenn es mehr wird. Weil, ob ich... Ob du dich jetzt zurückhältst und 5 Euro weglässt oder ich 5 Euro Versand bezahlen muss, ist wahrscheinlich dann egal. Such dir einfach was raus. Was möchtest du von den... Warte mal. Ich mache mal hier kurz meine Zutaten weg, dass wir sehen, wie es sich staffelt. So, jetzt sind wir wieder bei 1,19 Euro. Du weißt, hier ist es sehr mild. Hier ist es sehr scharf. Du kannst... Amarillo. Amarillo ist hier unten Amarillo Chili. Mhm. Mit 80.000... 2,05 Euro statt 3,55. Okay. Du bist also so auf der Hälfte des Levels. Man muss es nicht übertreiben. Ich nehme auch noch, ähm, Chipotle Chili. Chipotle Chili ist noch dazu. Gut. So. Statt 10,04 Euro. 4,79. Sonst keine Chili, ne? Du könntest ja bis 3 wählen. Nein. Man merkt ja eh den Unterschied ja nicht. Ist es jetzt die oder die, was da reinknallt. Gewürzauswahl. Zwiebeln. Zwiebeln. Ähm, was ist denn Timut Pfeffer? Wo? Ganz unten. Was ist das? Da steht leider nichts dabei. Steht nur bei den Chilischoten was dabei. Egal, dann nehmen wir das trotzdem. Kein Jungle Pfeffer. Lieber Timut. Der kommt aus dem Dschungel. Ja, dann nehmen Jungle. Ja, ist okay. Ich weiß es nicht. Los, nehm. Dann nehmen wir Jungle Pfeffer dazu. Noch was? Zimt. Nee, ich mag zwar Zimt, aber da möchte ich es jetzt nicht. Noch was Süßes dabei. Süß, hab keinen Fall. Oder hier die Boxhorn-Kleesamen. Was auch immer. Nee. Also die zwei reichen. Nee, ist okay, ja. Gut. Wähle deine Kräuter. Knoblauch. Das dachte ich mir. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was interessant ist. Bei dem Rest, das verdirbt den Geschmack wahrscheinlich noch. Achso, ist schon ausgewählt. Ist unscheinbar. Sieben noch was. Joa. Und? Verfeiner deine Soße. Der letzte Schliff. Du kannst bis zu vier Zutaten auswählen. Rohkakao. Dann kann man das immer mit Milch trinken. Zuckerrübensirup, Agavensaft, Ahornsirup. Also vieles davon ist eigentlich eher süßlich auch. Ja, ich will ja nichts Süßes. Und Tomaten mag ich nicht. Tomaten magst du nicht. Geh nochmal hoch. Vielleicht können wir da oben hoch. Musst du doch Bananen nehmen. Also orange Zitrone auch nicht. Willst du hier noch was reinhaben? Geh nochmal ein Stück hoch. Willst du hier noch was dazu? Hier, Schaf. Schaf, Schaf, Schaf. Kreuzkümmel. Uäh. Koriander, keine Ahnung. Hier. Schmeckt nach Bombay dann. Nach Meiningen. Paprika gibt's auch. Wenn du keine. Du kannst doch zusätzlich den Timutpfeffer auch noch nehmen. Nein. Wir kommen in den Paprika noch. Geräucherte Paprika. Super. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir ja vier mehr. Können wir eh nicht nehmen. Weil nur vier Stück gehen. Und hier. Egal. Knoblauch hat man. Knoblauch hat man. Und da möchte ich nichts. Da möchte sie gar nichts. Soll die einfach Mexican Tears heißen? Oder möchtest du eine eigene... Mollies. Pupsi Soße. Also Mollies Hot Sauce dann auch. Na das ist ja schlau. Ich musste mir ja ewig was ausdenken. Und sie nimmt einfach das Gegenstück dazu. Mollies Hot. Ich hoffe das passt auch. Dass es dann so dort steht. Mollies Hot Sauce. Beschriftung übernehmen in den Warenkorb. Wir sind bei 17,33. Ich glaube bei 29 Euro war versammelkostenfrei. Aber das reicht ja eigentlich. Du eine Soße. Ich eine Soße. Das eine Folge zu probieren. Zum Zusammenstellen. Und wenn die dann da sind. Machen wir natürlich noch einen Test davon. Und probieren die Soßen mit irgendwas. Ich weiß nicht was man da am besten nimmt. Wo macht man das drauf? Auf Nudeln. Bratene Nudeln ja. Bratene Nudeln vom Chinamann. Und dann... Ja okay. Wir gucken uns das mal an. Wir können hier zur Kasse gehen. Irgendwo glaube ich. Zum Warenkorb. Zur Kasse. Wie viel ist denn versand? Ey man kann das... Hä? Man kann es mit Amazon Pay bezahlen. Eigene Beschriftung. Eigene Beschriftung. Gut passt. 3,90 Euro versand. Ich bin bereits Kunde. Neu. Gut. Das geht mir jetzt mal eigen. Wenn die Kamera aus ist. Wie gesagt. Wenn ihr das nicht kennt. Da packe ich mal den Link von der Seite unten in die Beschreibung rein. Falls ihr euch auch mal eine Chili-Soße bestellen möchtet. Eine Chili-Soße selbst zubereiten. Finde ich ganz interessant. Preislich finde ich ist es auch eigentlich noch okay. Wenn das wirklich dann passt und schmeckt und stimmt. Also woanders bezahlt ihr einfach nur für Chiliöl. Normales Chiliöl ja auch schon 10 bis 15 Euro. Deswegen zwei fette eigene Soßen mitnahmen für 17,33. Ich bin gespannt wenn es ankommt wie lange es dauert. Und dann machen wir natürlich noch einen großen Test. Das war es aber jetzt von unserer Seite aus. Danke Pupsi für deine tatkräftige Mithilfe. Bitte schön. Bitte schön. Genau. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses und euer Pupsi.